und da sind wir wieder stark verletzt naja was heißt stark verletzt auf jeden fall haben wir stärkerreduktion wir sind erschöpft und wir treffen hier noch auf frösche die hätten wir gar nicht angreifen müssen oder wir haben sie jetzt aus Versehen angegriffen oder gut jetzt haben wir sie schon angegriffen jetzt müssen wir sie auch erledigen jetzt kommen sie nämlich alle eigentlich so hinkriegen gut dann machen wir hier die ruhe mal auf mehr noch so alles finden okay ich könnte mal hier unten sogar schlafen ein schönes plätzchen jetzt wo man die frische erledigt haben das licht der sonne hat einen weg in den kerker gefunden und diese insel des lebens erschaffen okay das ist super das ist gut das ist schön meine ration hätten wir dabei bisschen heilung würden vielleicht auch bekommen gehen trotzdem immer weiter wir haben ja schon speicherpunkt gehabt ne hier weiter eine wurzel haben wir ja auch schon wir müssen eigentlich bloß noch mit der anderen königin reden und dann können wir schon tatucu oder tatuc wie sie ihn nennen die spuckt die einfach rum ist ja ekelhaft oder schön dann mal hier mal hier hinten ein ganz kleiner gang und da ist eine riesen spinne oh die ist schon tot bewegt sich nicht bin ich gut bin ich gut das könnte wie sein wo man das gebiss haben wollen oder jede clown kiefer ja genau die kiefer einer riesigen spinne haben wir haben wir haben war dunkle wasser des unterirdischen sees lässt den rückschluss auf diese bestiefe zu ja also ich möchte sie nicht ausprobieren ich möchte auch gar nicht wissen was da drin ist nehmen gleich wieder raus hier oben waren wir noch nicht genau gehen wir noch da hoch müssen wir zum hier ist ein ausgang oder halt ja geht noch woanders hin aber wir waren ja unten noch nicht nehmen wir werden erstmal hier runter laufen hier ist schön guck mal sieht aus wie eine schöne wunderschöne halle so sollte man auf jeden fall dann wahrscheinlich nicht begegnen tatuc wenn die uns reinlassen dann würde ich sagen wir ruhen uns auf jeden fall davor aus dann können wir dann auch raus gehen weil wir wissen ja wo es hingeht ist alles so schön hier was gibt es hier drin in die kiste mit einem die adem der eingebrochenen boden hat begrabenen schatz mit der tiefgerissen was für ein zufall was für ein glück für uns immerhin gibt es immer eine kleine erklärung für das was hier irgendwie rumliegt wenn ich gut noch mehr tausend füßler also tausend füßler gibt sie genug hier hat eine gewaltige schlacht zwischen kobolden und winzlingen getobt es ist unmöglich zu sagen wer ja gewonnen hat so ganz schön schnell sein hier immer mal da hoch ok da waren wir schon gehen wir hier her noch da waren wir nicht jetzt sind wir dann ist immer halt noch nicht durchgegangen da geht es hoch ok weiter und vorher habe ich wieder hoch sprintet hier ich glaube hier unten waren wir noch nicht ich möchte aber alle dabei haben bitte da ist auch zu ende da gibt es wenigstens noch was zum sammeln ok jetzt sollte man eigentlich noch eine sache abschließen und zwar wo können wir denn dahin ich glaube wir können dahin wollen ja eigentlich zu den winzlingen und der am eingang von den winzlingen das gebiss bringen oder die klauen besser gesagt was können wir eigentlich noch machen was hat denn er hier leuchtet ja wie er hell auf da fehlt jemand warum ist nur so langsam ist sie aber dann gucken wir erstmal ob wir hier das hinkriegen wenn wir das tor nämlich jetzt öffnen können schon gehen wir nicht rein vorhin müssen wir uns natürlich genauer zimmer hier ok ok ja ich hab ich hab die wurzel jetzt frage ich hier mal die wenige noch mal red mit der noch mal alles klar das scheint die grad scheint der egal zu sein wir gehen mal hierhin denn hier hatten wir unsere kleine auftraggeberin und da unten hatten wir auch noch was ein hebel haben wir ein hebel gefunden mein gott ich weiß das gar nicht mehr dann hätten wir nämlich hier noch was hier ist noch ein kobold ach da war der kobold mit dem schwert so wie sie hier wir sind mandibel um die mich gebeten hast alles gut ich mache ein hebel nebenhebel für brücke mutiger verbündeter ich niemals sagen du neben schatz ok nehmen wir doch nehmen wird an oder müssen die brücke hier glaube ich hier und das glaube ich die brücke ja hier ist seine brücke auf jeden fall und die brücke ist unten ok gehen wir mal rein ja genau hüpft nur über den schatz drüber ihr dürft da ruhig den nehmen hier ist auch noch ah hier ist die tür auch mal den hebel gar nicht unbedingt und das war jetzt der schatz okay was haben wir denn da bekommen überhaupt stimmt was ganz tolles ein zweihänder zweihänder den eigentlich keiner gebrauchen kann außer sie ja weniger schaden wie das ding macht und ist der gleiche ist auch hebschaden vielleicht zieh ich kann das gar nicht tragen ist viel zu schwer okay naja gut aber 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 fast so jetzt bräuchten wir theoretisch also er konzentionsschaden das bräuchte theoretisch drei tränke und eine vollkommene erholung oder mehrere erholungen können wir uns jetzt aussuchen aber das würden wir dann nicht hier unten machen um ration zu versemmeln sondern das müssten wir draußen machen also ganz draußen und dann können wir uns eigentlich auch mal mit dem wolf beschäftigen noch das heißt wir gehen jetzt hier mal raus aus dem haus schauen uns um schlafen auch nicht hier weil hier kann man glaube ich auch nicht jagen ich weiß es gar nicht kann man hier jagen wir könnten es mal ausprobieren oder wenn wir hier einfach runter gehen und hier unser lager aufschlagen direkt vor der tür auch hier kann man jagen ok gut dann machen wir erstmal eine ruhepause 17 stunden ruhe pause ok lagertanum ist fehlgeschlagen aha wenigstens hat essen es essen diesmal geklappt wir haben aber immer noch den stärkeschaden jetzt die frage muss man jetzt noch mal hilft es was oder hilft es nichts wenn ich jetzt noch mal in lager aufschlage guck mal bitte nach mehr wahrscheinlich ne er soll kochen hahaha ja ne ist klar wir schauen mal vielleicht haben wir da eine bessere bessere mischung ne er kann wirklich fast am besten kochen die kann doch ziemlich gut kochen das kann halt keiner das lager tarn ne also mir ist ja lieber wenn das lager getarnt ist statt gut gekocht soll sie halt doch das lager tarn sie geht auf jeden fall auf jagd sie ist einfach die beste jägerin ja gut dann so koche ich halt ne puh kann ich doch auch wenn du hargis isst erhältst du einen tag lang einen bonus 1 auf alle rettungswaffe ja mach mal ähm dann brauchen wir noch eine wache oh was ist denn das eine monsterwache naja wacheinteilung zwei wachen und dann darf sie hier noch so oh es regnet naja gut äh wurde angegriffen bei der jagd oh mein riesen schreckenswolf auch noch oh die sind ja voll im gang hier schon so ein gemeiner schreckenswolf was ist mit dem da okay egal weiter ich will mich doch bloß ausruhen schon wieder echt jetzt ernsthaft so darf ich mich jetzt ausruhen äh jungs äh ne ihr schaut da grad so gemütlich zu wie wärs denn wenn ihr einfach mal schaut dass uns niemand angreift okay jagd war erfolgreich lagertarnung war erfolgreich und ich hab das hargis ersaut und ich werd schon wieder angegriffen ey das ist doch nicht wahr oder okay das ist echt ärgerlich jetzt regnen tut es auch noch äh okay also ich bin ja immer noch nicht beendet es war okay wie oft soll ich das jetzt noch machen jetzt okay er hat jetzt noch seinen konstellationsschaden haben das ist mir jetzt völlig egal also das ist ja wohl also dreimal wurde ich auch noch nicht angegriffen so jetzt latschen die natürlich wie im schneckentempo dahin meint ist ja beeindruckend aber dass ein dauernden blitz neben mir einschlägt das ist schon ganz schön bedrohlich ei 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 gut gehen wir mal richtung wo wir eigentlich hin wollten vielleicht regnet es ja nachher nicht mehr wenn wir wieder rauskommen wird auch ganz schön hier hin hier hin wollen wir ach ja so ist das wo sind wir jetzt eigentlich hallo ah mal gucken sie hat ihr kätzchen doch dabei das ist schon die ganze zeit aktiv hier ne okay wir gehen jetzt dort rein machen wir kurz den speicherpunkt können wir da rein jawoll offenes halt nein wir wollen ja alle mitnehmen nicht nur einen hier jetzt mal drin harem ist vorgegangen sozusagen was macht er da schönes umriss eines unbekannten artefacts verschwindet in dem portal und tatuccio dreht sich zu dir um er sieht noch immer wie ein kobold aus scheint es aber für sinnlos zu halten an seiner tarnung festzuhalten oh mein kurz entschossener rivale ihr kommt so spät wie immer ein gut gemeinter rat nehmt nie an irgendwelchen rennen teil geschwindigkeit ist nicht eure stärke hm weißt du bist ein pitaxianische spion aber ihr kennt meine mission doch gar nicht und ihr werdet sie auch nie erfahren weil ich nichts sage und wenn es nur darum geht euer enttäuschtes gesicht zu sehen äh was hast du gesucht und für was hast du das alles gebraucht halt mich nicht für einen idioten ich werde euch nichts sagen abgesehen davon dass ich euch töten werde auch übrigens wusstet ihr dass ich euch töten werde ok genug wir werden kämpfen um den streit beizulegen da bin ich mal hier voll konsequent und ähm werde hier erstmal äh rund taktik einführen also was habe ich leichte wunden verursachen göttliche gunst habe ich irgendwas flächenmäßiges ähm schützende aura gerechtigkeit euch ja das könnte ich einsetzen hier oder oder unheil aber das geht bloß auf eine person ne ja komm ich probiere es mal aus oder würdest du überhaupt was bringen bei einer einer kreatur ja der ist jetzt fürchterlich gefürchtet so jetzt kommen die nämlich hier alle voll äh ach du hamada aua ok der kennt äh keine gnade gut dann müssen wir wohl den zuerst angreifen so harim ähm du darfst oh da kommt von hinten jemand du darfst auch ihn angreifen ok das klappt nicht und nochmal da einer ähm valerie du darfst ihn mal angreifen du darfst ihn auch angreifen ne nicht nur hinlaufen ah he harim gut wir müssen erstmal ihn ein bisschen heilen hier ebenso machen die das nicht grad so machen wir dann mit dir hier wir müssen irgendwie die hier loswerden au sie liegt ja am boden hier sehe ich gerade der ah der hat spiegelbilder hm der hat gemeine spiegelbilder ähm du darfst genau wie es hätte getroffen ah die ganzen kleinen winzlinge hier ne kobolde sind das ja gar nicht winzlinge komm jetzt trepp halt wenigstens auf so dann äh darfst du nochmal versuchen ihn zu heilen und du darfst nochmal versuchen ihn zu heilen und du darfst dich hier gegen zwei wehren und dich nicht bewegen dann kommt er hier wieder äh Gelegenheitsangriffe sind alle daneben gegangen wie ich das sehe ok ok er ist erledigt na gut war gar nicht so schwer ok noch mal hier die kleinen kobolde ja 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 uiuiuiui ok noch zwei ne drei ok ok los auf ihn ah ach der schade schade der ist weg nochmal einer ja so ballerie los mach ihn weg oi ich hab doch gesagt du sollst ihn weg machen nicht nur ankratzen schön hartnäckig so der ist auch weg jetzt haben wir noch einen ja gut der ist tot ok wir haben Patuccio getötet müssen wir noch noch Kesten davon erzählen toll wir gekämpft haben wir sammeln jetzt mal alles ein eine Art Podeste das aus gewundenen Baumwurzeln gebildet wird wie es scheint lag hier bis zu bla 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 bis vor kurzem ein langes und schmales Objekt jetzt fehlt jede Spur langes und schmales Objekt das ist wahrscheinlich das Relikt was er unbedingt haben wollte was er auch bekommen hat das ist natürlich gemein so jetzt gehen wir hier mal zur zu den kobolden und Winzlingen am Ausgang der Aronale triffst du Bada die Königin der Winzlinge und Russ Schuppe den Häuptling der Kobolde sie sehen sich misstrauisch an und können ihre Wut kaum zügeln aber niemand greift an du Versprechen finden Wahrheit bald uns sagen du finden Schamane ich werde die Wahrheit sagen Tartuk hat alle getäuscht er weiß der den Kobolden den Aronars gestohlen hat um einen Krieg mit dem Winzlinge auszulösen er hat mich angegriffen und wurde getötet jetzt bin ich im Besitz der beiden heiligen Äste heimtückisch verrat ich kenne Verräter mit die Violetta Hort rechtschaffen gut beide Äste ihren Besitz angeben nun da ihr die Wahrheit kennt müsst ihr euren sinnlosen Schreit beilegen und wieder in Frieden zusammenleben der wahre Aggressor hat seine gerechte Strafe erhalten der Häuptling hält den heiligen Ast in seinen Händen seine Augen sind voller Sorge viel Blut vergossen nicht einfach vergessen aber wir versuchen kein Winzling jemals wieder böses tun tun Freund willkommener Gast immer die Königin schüttelt gedankenverloren den Kopf war viel Tod schwer zu vergessen böses Blut aber ich weise Königin finden anderen Weg nicht töten Kobold mehr Verbündeter du tapfer und gerecht du unser Gast geschätzter immer wir haben Frieden hergestellt wieder zwischen den Winzlingen und Kobolden so einfach kann es sein damit sind wir ja hier unter dem Ahorn fertig aber hier eigentlich nichts mehr zu tun was sagt denn Lindsys Tagebuch ja nö wir müssen das noch äh Bootengänge Iverjuwelen Blitzzahn und Svetlaners Ring noch und äh ja den Wolf können wir noch verkloppen hier und dann gibt es ja noch diesen seltsamen Schlafplatz aber das werden wir dann wohl ein nächstes Mal erleben wenn wir uns dann ausgeholt haben wir können jetzt mal alles sammeln wer weiß oh passiert noch was was für ein artbärmliches Spektakel der verräterische Diener eines verräterischen Königs der selbst nur ein Diener weit größerer Mächte ist ergibt sich als niedere Kreatur aus und stürmt ein guter Witz ist eine mächtige Waffe und ein schlechter kann das Schicksal des Erzählers besiegeln so sei es erheb dich mein glückloser Spaßmacher deine Vorstellung ist noch nicht vorbei er weckte den wieder ja wir werden Tattuccio wohl doch nochmal treffen schlau und gerissen und es regnet immer noch ich bedanke mich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal hier im Alt Ahorn und tschüss